Und hier spielen wir jetzt ein bisschen mit Leuchten. Komm Marc, komm schon. Also wir dürfen unsere eigenen Schuhe jetzt hier so designen. Ich habe aber echt Angst, dass ich da was verschlimmbessere. Das wird doch nichts. Was soll ich denn damit machen? Aber es ist ein sehr cooler Schuh, vielen Dank. Ja, jetzt wird heute auch endlich mal ein bisschen Golf gespielt. 18 Loch Stable Ford. Die beste Idee, die man da haben kann, ist, ich probiere heute mal einen neuen Driver aus. Wetter ist eigentlich ganz geil fürs Golf. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen regnet. Kann nur Katastrophe werden. Aber Hauptsache man hat Spaß dabei. Und das werden wir heute haben.